Optimale Seminare organisieren. An diesem Tag schauen wir uns gemeinsam an, was macht eigentlich ein gutes und erfolgreiches Seminar aus. Ich zeige Ihnen, wie recherchiert man, wie finde ich gute, erfolgreiche Themen, Themen, die zu meiner Zielgruppe passen. Ich zeige Ihnen, wie sieht ein Projektmanagement aus. Ich gebe Ihnen hier Anleitungen, gebe Ihnen Material mit ins Büro zum Weiterarbeiten. Wir sehen uns an, was ist am Seminartag selbst wichtig, welche Kosten kommen auf mich zu, wie kalkuliere ich richtig. Für uns ist wichtig, welchen Preis finde ich für mein Seminar, welcher Preis passt zur Zielgruppe. Ich gebe Ihnen an diesem Tag auch viele Tipps und Tricks rund um beispielsweise rechtliche Belange, Künstlersozialkasse und Ähnliches. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.